Morgen. Guten Abend. Mann, ey. Was denn? Au. Vielleicht willst du es doch mal wieder abschminken. Ja. Wir haben gerade ein Eis zusammen gegessen. Ja, woher soll ich wissen, dass du Geburtstag hast? Ich habe heute Geburtstag. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich heiße übrigens Julia. Und du? Heinrich. Ja. Ja. Kommst du mit? Wenn? Ja. 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 Ja.